Mein Name ist Michaela Jöris, ich bin jetzt der sechste Jahr Schulleiterin der Modeschule Hallein. Eine berufsbildende höhere Schule, die jeweils mit Matura und abgeschlossener Berufsausbildung abschließen. Als Modeschule ist es so, dass unsere Ausbildung dreigeteilt ist. Und hier ist es einfach notwendig, auch neue Wege einzuschlagen, durch fächerübergreifenden Unterricht, durch Blockungen von Unterricht. Und hier bietet uns die Schulautonomie natürlich zusätzliche Möglichkeiten und das ist absolut förderlich für unsere Schulform. Schulpartnerschaft im engeren Sinn meint in unseren Schultypen den Schulgemeinschaftsausschuss, also ein Gremium, das sowohl Elternvertreter, Schülerinnen und Schülervertreter als auch Lehrervertreter an einen Tisch versammelt um zu vereinbaren, wie arbeiten wir als Schule und mit wem arbeiten wir. Natürlich ist es auch ein wichtiges Gremium für mich, denn je mehr man kommuniziert und je mehr man im Austausch ist, wird es auch sehr schnell möglich, dass alle an einem Strang ziehen. Denn in einer Schulgemeinschaft sollten ja idealerweise alle das gleiche Ziel haben und nicht gegenteilige Dinge anstreben. Trotzdem ist es so, dass die Schulleitungen im Rahmen der Schulautonomie wieder mit mehr Kompetenz und Entscheidungsmacht ausgestattet werden, was absolut zu begrüßen ist, denn jemand, der die Verantwortung übernimmt, braucht auch ein gewisses Maß an Entscheidungskompetenz. Ich weiß, dass das auch Bedenken hervorruft, aber in der Praxis ist es ganz wichtig, auch Entscheidungen zustande zu bekommen, um diese dann auf den Weg zu bringen und auch in die Umsetzungsphase zu kommen. Also generell ist es so, dass man mit den Stakeholdern einfach über längere Zeit intensiv netzwerken muss und dann kann man hier wirklich gute strategische Partnerschaften finden. Das passiert an unserer Schule natürlich auch dadurch, dass es ganz wesentlich ist, die Schülerinnen und Schüler auf das Arbeiten in der Wirtschaft vorzubereiten und dazu braucht es die Kooperationspartner aus der Wirtschaft, die es aufzubauen, zu erhalten und zu pflegen gilt, aber die es absolut wert sind. Schulautonomie ist für jede Schule wichtig, denn durch Schulautonomie ist es möglich, seine eigenen Kernkompetenzen, seinen USP zu stärken, dementsprechend auch ein besseres, ein qualitativ hochwertigeres Ausbildungsprogramm anbieten zu können, um nämlich dem großen Ziel, die bestmögliche Ausbildung und Bildung für unsere jungen Menschen, für unsere Schülerinnen und Schüler auf den Weg zu bringen. Amen. 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 Vielen Dank.